Hallo, mein Name ist Estera, ich bin 20 Jahre alt und bin eine Romnie aus Berlin. Heute stehen wir hier vor der neuen Ausstellung am Denkmal der im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas. Hinter mir ist die Tafel von Auschwitz und auf der Tafel sieht man ein Bild von Settela Maria Steinbach. Settela Maria Steinbach war eine Sinti-Zah, die jahrzehntelang als eine Judin gehalten worden ist. Erst in den 90er Jahren hat sich ein einziger Journalist mit ihrer Identität beschäftigt und fand heraus, dass Settela eine Sinti-Zah ist. Sie ist mit neun Jahren aus dem Niederlanden nach Auschwitz deportiert worden und ist sehr wahrscheinlich am 2. August 1944 in den Tod geschickt worden. Viel zu oft geraten Roma- und Sinti-Persönlichkeiten in Vergessenheit. Deshalb ist diese Ausstellung hier sehr wichtig, denn hier werden Sinti- und Roma-Persönlichkeiten wieder in Erinnerung gebracht. Sinti-Persönlichkeiten in Vergessenheit